Hallo, das ist Naruto1986. Herzlich Willkommen zu Naruto and the Incher 2 zu Part 25. Jetzt geht's da weiter, wo wir auch aufgeregt haben und let's go. Macht euch keine Ahnung. Oh, hol's ab, Mann. Das kann nicht sein, sowas. Verdammt, er wächst hier. Ich will nicht wissen, wie lange ich gegen den immer noch antreten muss. Oder dass ich das machen muss, gegen Geld. Ich brauche das Geld, schau mal, aber ich gebe schon mal. Let's go. Ich hoffe, dass ich das jetzt mehr mache, aber ich brauche Geld. 4-Eck, 3-Eck, Kreis. Okay, 4-Eck. 4-Eck, Kreis. Du bist gut! Du bist gut! Okay! Du bist gut! Du bist gut! Du bist gut! Nein! Nur weil ich mich verdrückt habe, verdammt! Du bist gut! Du bist gut! Du bist gut! Hey! Du bist gut! Hey! Du bist gut! 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 Okay, wir beginnen! Ich weiß nicht, dass ich mich verdrückt habe, aber du schluss nicht. So. Gut. Mach! Gut. Ich habe sie gesehen. Okay, komm. Okay. Okay. Ich habe sie gesehen. Okay. 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 Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Es sieht so aus, dass ich ein bisschen mehr Prank brauche. Willst du mich gegen dich helfen? Nein, nein, jetzt doch. Ah, nein, ich brauche da nichts. Ja, das ist gut. Tschau. Ja, ja. Während reich so. Nee. Warnhof. Hi. So. Das ist wie die Gegner, wo ich Wurfschuhe kenne. Das ist wie die Gegner, wo ich Wurfschuhe kenne. Ja. 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 noch einen Angebot! Aaaaaaaaaaaaaaaa! Leid kids! Ich bin die Bestie! Ich hab den Wolfschuh gekn... Nein! Ich muss das anders machen, andere Kampf machen. Nein, versuchen, ne, ich machen, ich beende, mache neu, ich gehe nochmal neu rein, und wenn ich dann irgendwas mit Neukampf hab, dann mach ich das so eben, weil, bringt gerade nix, ich hab da nicht drauf geachtet mit Wurfschulken, ich hab, ich hab den so schnell geklopft, den Typ, so, jetzt hier den Gegner in der Luft, Wenn die keinen Jutsu haben, alles da, perfekt, kriegen wir hin, einfach nur ohne Jutsu gewinnen, Ich weiß, Verteidigung ist groß, aber, nicht Oh Ja, aber was sag ich denn, Treppenfeld, da man sonst schlafen? Das war nicht, fischendig Wie ist das? Hier 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 Oh, okay! Every game I shot you! I'm here! Come on! Show me something! You fell for it! You fell for it! You fell for it! You fell for it! Here! Did ya hear? I can't help you! I'm regain, go! I'm regain, you fell for it! You fell for it! You fell for it! You fell for it! Lose and I'll never beat you! You fell for it! 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 Sie sind schon mit dem Weg in der Ausgabe! Ich will nicht auf dem Weg nachdenken. Lose and I'll never forget you! I've regained my chakra! I've regained my chakra! You fell for it! You fell for it! How about this? How about this? You fell for it! Here! You fell for it! How about this? I'm here! Show me how you feel! Jetzt weg mit dir, Alter, du nervst! Immer drunter scheiß Tausch, Alter! No way! I'm here! I'm here! PassED! No way! I've managed to fix it! I've got a knife! No way! Hör auf mich verarschen zu wollen, weil es jetzt knallt. Junge, willst du mich gerade verarschen? Das ist nicht genug, Alter. Du bist ja auch mal zufrieden oder willst du mich verarschen? Ja, jetzt hab ich mir gerade so auf die ... Sorry, aber ... ... Ja ... ... Ja ... ... Ja ... ... Ja ... Aber, ne, aber ernsthaft, irgendwo wird der mich verarscht, der mich gerade. Ernsthaft, irgendein... Nee. Well, well. Sorry, aber irgendwo verarscht der mich gerade. Weil irgendwo verarscht der mich gerade. Wie kann man so viel Geld verlangen? Oh, man. Oh, man. I'm different than I was before. Ich denke, es reicht schon mal. Now! Ha! Chidori! Killing him... ...is the reason... ...I exist! I cannot lose! Push too hard and I'll kill you. Aaaaaah! Got to have more power! That's got me in a good mood. Chidori! Aaaaaah! Huh? Sucker! 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 I'm dead! Über 2 soll ich bleiben. Ich hab aber noch 3. Weiß ich nicht, wann mal ne Muts noch hin. Deswegen gilt es. Ha! Ha! Sag ich doch. Mission accomplished! Jo! Ah, so viel bekomme ich jetzt dafür. Cool. Nein, diese Mission zu machen, um noch viel mehr Rios zu kriegen, das ist immer gut. Weil besser ist, als wenn man das macht, weil sonst bringt es ja nichts. So. Jo! 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 Kriegen wir locker. Gebacken. Das krieg ich locker gebacken. Jo! 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 There! Chakra! There! You're finished! I'm here to help! There! I'm different than I was before! Now! Chidori! Killing him is the reason I exist! I cannot lose! Push too hard and I'll kill you! Got to have more power! That's got me in a good move! Chidori! Oh! 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 Ich muss es noch mal machen. Äh, noch eine Versuch, egal. Übertreiben muss man das muss halten. Äh, jetzt fliege ich da noch um. Ah, so können wir das hin. So, über drei habe ich es gehalten. Das war's. So, mal gucken, wie viel ich jetzt zusammen habe mit dem Blöden. Mal gucken, wie viel Geld ich jetzt dadurch zusammen habe. Puh, Mann. So. Ein bisschen ins Kampf kann ich noch machen damit. Mal halten, dein Schöpfchen ist jetzt auf Stufe 1. Ich bin in den Kampf. Klar. Äh, bin ich denn am besten? Ich weiß gerade nicht, was das jetzt gerade bringt. Diese Umstellung damit auf 3 oder 2. Aber ich werde es dann durchsehen. Ich bin in den Kampf. Ah, das war's noch okay. Komm an mich von einem anderen Weg. Tja. 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 Chakra Recovering! Chakra Recovery! Chakra Recovering! Chakra Recovering! Chakra Recovering! Chakra Recovering! Take that! How about this? How about this? Look. Mit ihr? So... You! You! Ha, ha, ha! Mission accomplished! Mhm, mhm. Jo! Gut, dann haben wir jetzt... ...den hier auch. ... ... ... ...